Für den Nachmittagsspaziergang ziehe ich Vater seine Ausgehuniform an. Ohne die Uniform verlässt er das Haus nicht mehr. Er ist nicht wie andere Pensionisten, die in ausgebeulten Jogginganzügen ihre Tage verbringen. Mein Papa ist jemand. Mein Papa war jemand. Er war Polizeipräsident, jemand, der es gewohnt war, dass ihm die Menschen Respekt entgegenbringen. Mein Vater, Theodor Mudroch, trug Zeit seines Lebens zuerst als Leutnant, Oberleutnant und Kapitän, am Ende seiner Laufbahn als Major, Oberst- und Landespolizeipräsident eine unsichtbare Uniform. Aber seit er im Rollstuhl sitzt, braucht er die richtige, die ihm die fehlende Würde verleiht. Ich ziehe sie ihm nach dem samstäglichen Mittagsschlaf an. Die graue Hose mit den roten Streifen an der Seitennaht, das hellblaue Hemd, die dunkelblaue Krawatte mit roten und silbergrauen Streifen, die schwarze Jacke mit Medaillen auf dem Revers. Ja, auch die Medaillen müssen sein. Je eine für seine Heldentaten während des Zweiten Weltkrieges, für die Verteidigung des Vaterlandes, für den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft und für den Titel Held der sozialistischen Arbeit. Zum Schluss setze ich ihm seine flache Kappe mit dem Stern über dem Schild auf, die aus ihm definitiv einen Polizisten macht, einen, der, obwohl sitzend, von seiner wahren Größe nichts eingebüstert. Manche Menschen, die wir während des Spaziergangs treffen, lächeln. Manche lachen, drehen sich nach uns um und rufen, ist schon Karneval? Es wird sicher auch solche geben, die sich hinter unserem Rücken auf die Stirn tippen. Die sieht der Vater zum Glück aber nicht, um mich interessieren sie schon lange nicht mehr. Guten Tag, Herr Präsident, grüßt die mollige Frau vom Magistrat freundlich und reicht meinem sitzenden Vater die Hand, wobei sie sich zu ihm bückt. In ihrem Kreuz knarrt es gefährlich, sie spürt einen kleinen Stich zwischen dem vierten und fünften Lendenwirbel, aber sie lächelt trotzdem. Im Ausschnitt ihres blau geblümten Kleides faltet sich überschüssige Haut zu abstrakten Gebilden, die direkt vor seiner Nase baumeln. Ich weiß als einzige, welche Gedanken meinem Vater bei einem solchen Anblick in den Sinn kommen, sage aber nichts, schaue ihn nicht einmal an, um ihn nicht zu ermuntern, seinen üblichen Satz, ich fühle mich sexuell belästigt, auszurufen und damit die gute Frau zu beleidigen. Seit mein Vater alt ist, wirklich alt, kümmert er sich nicht mehr um gesellschaftliche Umgangsformen und sagt jedem, der es hören will und vielen, die es nicht hören wollen, was er sich gerade denkt. Wäre die Frau jünger, knackiger und ihr Busen straffer, hätte er sicher gefragt, zu dir oder zu mir. Und die Frau wäre errötet, hätte sich ein bisschen geziert und gesagt, aber Herr Präsident, und würde am nächsten Samstag vor unserer Tür mit einem selbst gebackenen Kuchen stehen, mir vorschlagen, mich endlich auszuruhen, weil sie sich für ein paar Stunden um meinen Vater kümmern würde. Habe die Ehre, ruft sein ehemaliger Kripo-Assistent Lazo Yahuda schon von Weitem und hebt dabei umständlich seinen Hut. Erst vor kurzem ließ er seine beiden von verknöcherten Spornen geplagten Schultern operieren, weil er die Arme nicht mehr heben konnte. Doch trotz der Operation bewegen sich die Arme oberhalb der Brust äußerst ungeschickt und lassen keinen Zweifel daran, dass auch frisch ausgefräste Gelenke keine jungen Gelenke sind. Wir treffen Yahuda jeden Samstag auf unserem Spaziergang, sodass in mir der Verdacht erwacht, er halte sich absichtlich jedes Mal in dem Park auf, den Vater und ich regelmäßig durchqueren. Von Papa weiß ich, dass Yahudas Frau gestorben ist, die Kinder im Ausland leben und er an schrecklicher Einsamkeit leidet. Wie geht es Ihnen, fragt er freundlich und mein Vater antwortet mit einem nach oben gerichteten Daumen, woran ich ablesen kann, dass er heute besonders gut drauf ist. Yahuda ist etwa 80 Jahre alt und kann noch gehen, mit einem Stock. Aber wie lange noch? Angesichts meines Vaters auf Rädern wird ihm die eigene Zukunft bewusst. Und wie lange noch gehen, wie wir geniht, die Kinder im Ausland leben und dieavoge